So, bitteschön, ihr Essen für die Dame ein Tomatenaprikosentürmchen mit Burrata, für den Herrn den Helgoländer Kniebauf Erbsenpüree mit Minze. So, sind Sie fertig? Ja, vielen Dank. Macht dann bitte 4,60 Euro. Ja, das stimmt. Dankeschön. So, bitteschön, ihr Essen für die Dame ein Tomatenaprikosentürmchen mit Burrata und... Insta-Essen, die trendigsten Fotos von deinem Essen für Instagram. Jetzt neu im superhippen Innrestaurant Megalon, schon ab 4,60 Euro. ... ... ... ...